Das ging alles so schnell. Den müssen Sie aufhalten, Batman. Wer immer Sie sind, Sie werden es bitter bereuen, sich nach Gotham gewagt zu haben. In der Stadt des dunklen Ritters. Ja, das war unser großer Kuh, Gentleman. Ich ist die Fledermaus. Feuer, Feuer! Sehe ich für dich etwa wie eine bescheuerte Fledermaus aus? Hm? Tauchen neue Besucher auf. Ich habe über die Gerüchte einer übernatürlichen Kreatur in Gotham gelesen. Dachte aber, das wäre nur eine Großstadtlegende. Ninja, Schildkröten? Wir sind in Gotham, um Schredder und den Footclan aufzuhalten. Und alte Feige kehren zurück. Der Mann, der uns helfen wird, diese Stadt zu vernichten, wartet direkt hinter dieser Tür. Oh, komm schon! Ein DC-Animated-Movie. Robin, Batgirl, diese Insassen sind schon vor ihrer Mutation die tödlichsten Verbrecher von Gotham gewesen. Gehen wir. Wenn Gotham auf dem Spiel steht, es wird Zeit, dass diese Stadt sich selbst zerstört. Los, macht ihn fertig. Wir brauchen Antworten. Ihr dürft es gern versuchen. Das war's für dich! Mist, hätte ja klappen können. Wer übernimmt dann die Führung? Wir sind nicht deine Feinde. Dies ist immer noch meine Stadt. Wenn sie auf einem Kampf aus sind, dann sollen sie ihren feierlichen Kampf kriegen. Du bist mir nicht gewachsen. Beenden wir es. Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles Musik Wie wenn andere Fotos dann was? 易 Sieg ist nicht das? Ja.